Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benutzung des Wortes Bedeutung, wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benutzung, dieses Wort so erklären. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Und die Bedeutung eines Namens erklärt man manchmal dadurch, dass man auf seinen Träger zeigt. Jetzt nur in der Fliegenglas-App.